Carlo Campanini war ein italienischer Schauspieler und Sänger, Leben, der Sohn des gleichnamigen Vaters und Eugenie Geb. Poetis besuchte eine Technik-Oberschule und nahm Gesangsunterricht, da er seine schöne Stimme bilden wollte. Gleichzeitig mit einer spontanen komisch karikierenden Ader ausgestattet, trat er zunächst mit der Piemonteser Dialektbühne von Mario Casalejo in die Öffentlichkeit. Zwei Jahre später erhielt er einen Vertrag als Tenor komischer Rollen im Revue Ensemble um Eugenio Testar, ab 1931 dann für etwa vier Jahre als erster Tenor bei Isabella Bluette, Nuto Navarini, wo er ein Repertoire von Revue bis Operette spielte. Nächste Station war die eines Comikers im Avant-Pettacolo, einer sehr italienischen Bühnenform von Sketchen, Musikstücken und dramatischen Szenen, wo er unter Vivienne D'Aerys vor allem als Imitator von Laurel und Hardy neben Carlo D'Apotto gefeiert wurde. 1939 schließlich führte sein Engagement beim Tourneetheater von Epiphany Mario Mari zu seiner Entdeckung durch Filmregisseur Mario Matoli, der sein komisches Potenzial zunächst als Postbote in seinem L.O.V. di Camseille, L.O.V. di Camseille, einsetzte. Mit diesem Film wurde Campagnini zu einem der gefragtesten Nebendarsteller des italienischen Kinos der Kriegsjahre, während er jedoch weiterhin in zahlreichen Revuen auftrat. In den ersten Jahren nach dem Krieg intensivierte er mehr die Bühnenarbeit, ob schon gerade da mit Le Miserie del Signore Tavet 1945 und im Jahr darauf als Kriegsveteran in ihr Bandito seine größten Rollen anfielen, nach denen er rasch wieder in zahllose Nebencharaktere eintauchte. Währenddessen war er auf der Bühne in Garnei und Giovannini's Piruli, Piruli, zu sehen in der Spielzeug darauf in Il Congresso si divert neben Alda Mangini. Nach zwei weiteren Stücken folgte 1951 52 still ein als perfekt bezeichnetes Zusammenspiel neben Walter Chiari in Sognodi und Walter. Campagnini und Chiari führten die Arbeit mit Tutu Eva Broadway fort, später mit Oquante Belle Fiegli Madama Dore. 1959-60 still spielte er neben Emilio Macario in der musikalischen Komödie Unastoria in Blue Jeans von Bruno Corbucci und Gianni Grimaldi. In den 1960er Jahren reduzierte er seine Auftritte in Filmen wie auf der Bühne. 1977 übernahm er die Leitung einer pimentesischen Dialektbühne und kam so zu seinen Anfängen zurück. Während seiner gesamten Karriere übernahm Campagnini auch Aufgaben beim Radio und nahm einige Fernsehangebote wahr. Er war mit der Rumänin Idi Valescu verheiratet. Filmografie 1939 1939 Reingefallen 1941 Mutter 1941 Reifende Mädchen 1942 Hochzeitstag 1942 Mein Leben für Dich 1943 Achtung Aufnahme 1945 Die Nöte des Senior Tavet 1946 Bandito 1947 Wie ich den Krieg verlor 1949 1949 Nur Du bist mein Traum 1950 Süßer Reis 1951 O. K. Nero 1953 Ring frei für die Liebe 1954 1954 Casanova Seine Liebe und Abenteuer 1954 Sein erster Konflikt 1955 1955 Geliebte Tram 1963 Ein seltsamer Typ 1969 Il Terribile Ispertore Amor 20 21 22 22 21 22 Untertitelung des ZDF, 2020